Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, wie wir uns kritisch werden, Freunde, heute ist es wieder Reaction Time, die erste Reaction, die heute startet, glaube ich, ist für mich wirklich eine krasse Angelegenheit, muss ich dazu sagen, ähm, wir reagieren nämlich jetzt auf Claudia Greco, ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet, Freunde, was sie für die Jury da liefert oder nicht, lasst auf jeden Fall jetzt die Daumen sprechen, wir reagieren jetzt nochmal drauf, viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der... So, Freunde, was geht auf jeden Fall ab, Freunde, also Dieters Gesicht, sagt er jetzt nicht so, wie habt ihr das gesehen, er macht gerade so, aber sie macht eine geile Show, auch mit diesen Fächer, glaube ich, oder was es ist, äh, sieht schon sehr kurios aus, aber irgendwie gefällt sie mir, muss ich sagen, Freunde, deswegen schauen wir jetzt mal weiter. Also, ich mag sagen, also dieser Titel, weiß ich nicht, also der passt nicht so gut zu ihr, muss ich sagen, halt, weiß ich halt nicht, kann ich ganz, ganz schwer einschätzen, muss ich sagen, aber bis jetzt, mhm, stimmlich ist das nicht so, das ist eine geile Show, ich will gar nichts dagegen sagen, was sie macht, aber stimmlich das Lied Pokerface, da musst du eine Hammerstimme haben, aber wir schauen jetzt mal weiter, was die Jury jetzt zu ihr sagt, los. Vorne, ne, nur eine Stelle, wo du rausbrichst, okay, 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 den bekommst du für heute. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig, dass sie nochmal Satz auf die Stelle, wo man aber alles sehen kann, wenn sie sagt, ne, binst du verrückt, oder was? Ähm, ich bin jetzt gespannt auf das Urteil, was sie sagen, Freunde, wir schalten mal jetzt rein, was die Jury genau zählt, oder ob sie... Amo, ti amo ti, amo, ti, amo, ich kann mein Herz von Beatrice Egli. Okay, bis weiter. Oh, danke, 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 danke. So, Freunde, da kann ich natürlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist im Recall, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber die hat das ja eingegeben, weil sie Beatrice Egli sehen kann. Ich bin gespannt, wie weit sie kommt, muss ich dazu sagen, glücklich wünsche ich dir nochmal rausfragen, und wenn euch diese Reaction gefallen sollte, vergesst auf jeden Fall jetzt nicht, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, und natürlich bei der nächsten Reaction bei DSDS, die natürlich gleich wieder folgt, mit einzuschalten. Also bis...